Die liebenswürdige Crew und die erstklassige Schiffsleitung des TV-Lieblings aus Verrückt nach Meer haben MS Artania schnell zum absoluten Gästeliebling gemacht. Gemütliche Treffpunkte für gute Unterhaltung gibt es an Bord zu Genüge. Die über zwei Decks offene runde Hotellobby mit der eleganten Harry's Bar ist einer. Den Lieblingsdrink genießen oder guter Unterhaltung folgen, kann der Gast auch in der Bodega-Weinbar oder in der stylischen Casablanca bar. MS Artania bietet auf neun Decks vielfältige Lounges und gemütliche Plätze, um mit Mitreisenden bei Kaffee und Kuchen Eindrücke auszutauschen oder am Abend in gemütlicher Runde den spannenden Reisetag ausklingen zu lassen. Und wer ein ruhiges Plätzchen zum Lesen sucht, findet die gut ausgestattete Bibliothek.